das sind die bretter die kein geld bedeuten aber jede menge verschmutzung verschmutzung wir gehen davon aus dass wir heute schon einiges an bier über diese bretter verteilen werden können um eine patina zu schaffen die auch bei der nahenden party eine gewisse rolle spielt um dem ganzen des kraftvoll kehlige zu verleihen meine innere kriegerin zu wecken und auch um danach barfuß auf diesem tresen zu tanzen danke